Hallo Leute, es freut mich euch wieder mal eine Nachricht schicken zu können, nach 5 Wochen Krankenhaus bin ich wieder zu Hause und ich möchte euch einiges erzählen. Dieses Video lade ich auf beiden meiner YouTube Kanäle ab, also geht es um verschiedene Dinge. Für alle Dampfer von euch, die Dampferwomen abonniert haben, ich suche momentan nach Sponsoren für Liquids und Hardware. Ich fange jetzt auch an, in Amerika zu suchen und in England. Das kann aber ein bisschen dauern, weil ich mir da erst die Adressen raussuchen muss. Und, ähm, ja, ich habe noch 2 Videos offen für euch. Einmal das Review zu iKiss E-Leaf, E-Zigarette und zur E-Row, das englische Review. Dann geht mir leider der Stoff aus, aber ich werde mir schon etwas einfangen lassen. Ähm, für alle, die den anderen Kanal abonniert haben und das Video sehen, mir geht es jetzt wieder besser. Und es kommen in Zukunft öfter wieder Videos. Ich möchte ein Video über, ähm, über SPK machen, das heißt über einen super publischen Quarteter, was das ist. Und, über meine neue Arbeitsstelle und, ja, aber ihr wisst ja, um was es auf dem Kanal geht, also, um die Mitbehinderung und so. Wenn das interessiert von den Lampfern, würde mich freuen, wenn ihr es abonniert, ähm, da geht es einfach um mein Leben. Und mit Behinderung und MS und, ähm, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, dann kommen in Zukunft natürlich auch wieder neue T-Shirts in den Shop und andere Kleidungsgegenstände. Ähm, ich muss mir ein paar Designs einfallen lassen. Es kann ein paar Tage dauern, aber ich hoffe, ihr findet was und kauft euch was. Ich profitiere davon nur gering, aber ich mache es gerne und ich würde mich freuen, wenn ihr euch was aussucht. Wenn ihr eine größere Bestellung macht, kann ich euch auch Rabatt geben. Ähm, ja, sonst fällt mir im Moment nichts ein. Falls ihr mich unterstützen wollt, in irgendeiner Weise einfach melden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, mit den Dampfervideos und mit dem anderen Zeug. Ähm, es gibt viel Neues. Es geht mir viel besser und ich freue mich auf euch. Abonnieren, liken, kommentieren. Über Comments würde ich mich überhaupt sehr freuen. Und über den Daumen hoch nutze ich auch. Teilen wäre auch cool. Also, alles was ihr machen könnt, macht, wenn ihr wollt. Und, ja, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder, wenn ich das alles organisiert habe. Tschau, eure Ines. Und gut Dampf für alle Dampfer. Und jetzt füllen wir uns jetzt. Und jetzt auf euch geht das Ganze. Untertitelung des ZDF, 2020